Ich bin der Roland, ich bin CEO und Founder der Firma Powerfood. Powerfood ist Anbieter von Sporternährungsprodukten und Fitnessartikeln. Wir haben die Firma 2004 gegründet, verschicken heute über 300.000 Orders pro Jahr und sind somit Marktführer in der Schweiz. Wir führen zudem 22 stationäre Filialen, die in besten Lagen in der Schweiz stationiert sind. Wir haben ein Logistikcenter mit über 3.500 Quadratmeter. Hier lagern wir über 10.000 Artikel. Diese werden mit verschiedenen Versandoptionen ausgeliefert, bis hin zu Same-Day-Delivery. Im B2B-Bereich beliefern wir die grössten Sporthandelsketten, Apotheken und Fitnessstudios. Wir wurden 2017 zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen ausgezeichnet. Wir hatten auch eine der grössten Herausforderungen war, als Multi-Channel Anbieter den stationären Handel mit B2B und B2C optimal zu vernetzen. Actindo bietet uns die Plattform, um unsere ganzen Prozesse abzubilden, den Online-Shop an CRP anzubinden und die ganze Datenverwaltung zu managen. Actindo iQS ermöglicht uns eine scannerbasierte, fehlerfreie Kommissionierung. Die Artikel- und Kontenverwaltung erfolgt im integrierten PIM-System und bietet uns eine anpassbare Datenstruktur. Die Kassensoftware Actindo-Venduo bringt uns enorme Vorteile. Wir können damit jederzeit die Umsätze der Filialen tracken, können die Produktdaten live ausspielen und haben eine Bestandsverwaltung in Real-Time aller Filialen. Actindo hat uns auf dem Weg vom Start-up zum führenden Unternehmer für Sporennahrungsprodukte in der Schweiz begleitet. Beideein und Betriebein und Betriebein und Betriebein und Betriebein und Betriebein Abonnieren! Vielen Dank.